Yo Leute! Peace! Was geht? Black Dragon hier am Start! Für euch! Ich bin zwar krank, aber trotzdem nicht mein erstes Video. Das ist ein kleines Video, wie ich was kaputt mache. Also, ich hab schon damit angefangen. So, ich zerleg einfach mal mein altes Handy. So, das hier ist sogar schon ein Stück vom Display. Jetzt werdet ihr das Handy sehen. Ich hab schon richtig gefickt, weil ich will ja die ganze Zeit mit dem Magneten draufkauen. Was war ich hier? Macht es nicht zu Hause nach. Oh fuck, Alter! Jetzt nehme ich diese Schraube hier. Ich weiß, die Qualität ist kacke. Ich spargert auf einer Kamera, die ich mir dann in Kauf werde. Ich dachte, da lag erst mal meine ganze Couch absaugen, Alter. Na geil. So, was ich auch noch sagen wollte. Fragen wollte? Wenn ihr Fragen an mich habt, ja? Also, mich ver... Alter, was? Fragen wollte? Oh, scheiße, ich bin am Display. Ach, wenn ihr mich was fragen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich lese die eigentlich. Dann ab sofort. Wie gesagt, wenn das... Oh fuck! Erstes Video hier. Ich werde die Kommentare lesen. Und... Und... Ja... Ich werde sie mir dann aufschreiben. Dann... Alter, ich krieg dieses... Oh, Alter! Ich fick mein altes Handy richtig... Es ist mega klein. Hier liegt ein Stück vom Display. Alles vom Display. Passt mal auf. Scheiße, guckt euch das an... Scheiße! ich würde mal sagen, mein Handy ist gefickt, ne, mein Handy ist eindeutig gefickt, ist das, ist ein, ja, kann schau, scheiße, man sieht es jetzt nicht, es ist das Samsung Galaxy Ace 2, da haben wir jetzt ein altes Handy, jetzt habe ich ein neues, darüber nehme ich auch gerade, oh, scheiße, das ist von, du kannst, also, damit nehme ich auch gerade auf, und, ja, ich war halt gerade auf eine Videokamera, damit ich es besser filmen kann, damit ich auch, wenn ich mal unterwegs bin, auf dem Fahrrad oder so, für euch filmen kann, ne, ja, dann würde ich mal sagen, du warst das doch schon mit dem Video, wie gesagt, wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt es unter diesem Video, ich werde danach noch ein Video machen, wenn ein paar Fragen sich gesammelt haben, ungefähr nächste Woche oder so, werde ich da eure ganzen Fragen, beantworten, würde ich mal sagen, auf Wiedersehen, euer Black Dragon, bye.